Das ist die Skylight von Dortmund. Das ist die Innenstadt von Dortmund. Spielt der aktuell noch? Das ist ein Spieler, der hier ist, den wir suchen. Aber es gibt zwei, die mal hier sind, die bei Dortmund gespielt haben. Ja, den gibt es. Und dann gibt es aber noch einen anderen. Aber da haben die beide Ohrringe. Einen anderen gibt es noch? Ja, der Führig. Hat auch mal bei Dortmund gespielt. Die Frisur. Nee, die hätten sicher bei Jan Niklas irgendwie einen Bart hingeknallt. Ja, normal ja. Aber die Frisur passt auch zu beiden nicht. Doch, der Chris ist einfach blond. Die haben blonder Mann gegoogelt. Ja. Ich weiß doch, wie das abläuft. Keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Chris Führig ist richtig. Jetzt aber wirklich die Haare wegen was? Wir haben blonder Mann gegoogelt. Ich dachte, wir sind hier ein bisschen höher.